Ja, ich hab dich. Ja, ich bin tot. Echt? Ja, klar. Ja, wenn du einfach abtaust, ich war noch in einem Raum. Willkommen bei einer weiteren Runde Sans Row. The third. Ja, ich wollte mal begrüßen. Habe ich das gut gemacht? Naja, ähm, gerade der Test war besser. Okay. Jetzt hat sie jetzt angehört, als ob ich nicht weiß, was sie sagen können. Ja, wusste ich auch nicht mehr. Sind die Worte irgendwie falsch im Mund gekommen? Aha, so hört sich das dann an. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen dann mal direkt was an hier, ne? Ja. Oh, Entschuldigung. Nicht? Ja, Viola ist auf der Weg, um mich zu treffen. Wuhu! Oh, 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 falsch immer, Blatt. Ah! Oh, gut. Wollt ihr mitfliegen? Wie? Fliegst du jetzt wieder mit einem Helikopter los? Ne, mit deinem VTOK. VTOL. Meine Güte, ich seh's von hier unten. Watt. Gut, Geräusch ist aber cool. Ich hab auf dich geschossen. Watt. Ich nehm ein Auto. Oh, fuck. Oh, mit geiler Mucke. Cool. Ich hab nur die Turbinen. Voll Hardcore-Mucke hier. Oh. Muss ich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen hier. Ja, wir haben jetzt schon drei, vier Tage nicht mehr gezockt, ne? Ja. Oh, noch länger, ne Woche, oder was? Ja, stimmt. Oh, du bist schon da. Ja, ich bin geflogen. Was denkst du dir denn? Schwarzer Bildscher. Jetzt sehe ich wieder was. Hey, what's gott? Nightblade. Oh, mein Gott. Can you sign this? Can you sign this? What the fuck is this? Dude, das ist Johnny's comic. He sold his likeness to Altor to make a movie out of this shit. Remind me to call legally about this. Thank you. Alright, so how do we find Burke? Chuck could be anywhere. Voll die Pommes? Ja. Die war Supernatural, der Prophet, der alles schreibt. Ja. Hoffentlich hat's jetzt niemand gespoilert. Quatsch. Sehr geil. Oh Gott. Das ist Johnny, weil wir greifen niemanden an. Hab ich jetzt leider nicht gelesen. Okay, wir greifen mal niemanden an. Okay, dann fahr auch. Ja klar, ich fahr immer. Friedlich. Friedlich. Ich fahr immer friedlich. Genau. Boah, ist das langsam, ey. Immer bist du am weckern. Immer. Gar nicht. Brennende Mülltonne. Die rechte Spur. Nee. Doch, man kann doch nicht von der rechten Spur nach rechts, äh, von der linken Spur nach rechts abbiegen. Ja, manchmal die so einen guten Wendkreis hier haben, die Autos. Was ist da los? Was ist da los? Also die anderen Parts beweisen, dass ich fahren kann, im Gegensatz zu jemand anderem. Fine, Josh, get out. I doubt it'll be that simple. Da, jetzt ist jemand umgefahren. Fast. Aber wie weit man hier fahren muss. Du wolltest ja ein Steuer. Selber schuld. Da rein. Vorsicht! Oh, Peter! Passte genau. Das war aber nicht hier, äh, niemanden angreifen. Oh, oh. Sei unauffällig. Ja, bin ich ja. Ja, nur hier rein. Ja, ja, go in, man. Hier waren wir schon mal. Waren wir? Ich bin erster da. Sei froh, dass wir unauffällig sein müssen, sonst würde ich jetzt auf dich schießen. What? Mhm. Das ist voll unauffällig. Ja. Voll auf Reihenrennen. Oh, ich glaub, wir müssen da hier rausballern. Stimmt. Schnapp ihn dir! Ja, ich hab ihn eine reingehauen. Nein, ich. Ich war's. Oh, dir ein gutes Kostüm an. Ja, dat findest du geil, ne? Du musst mir, ähm... Ach du Scheiße. Hä? Kannst du mal die anderen töten, hier? Welchen denn? Ich bin hier selber im Feuer. Ja, du musst mich beschützen. Ich weiß ja nicht mehr, wo du bist. Danni, auf die Karte. Wo denn? Schau, wo die Matta schon. Wo bist du denn? Ja, Richtung den blauen Dingern. Also bei mir bin ich der gelbe Pfeil. Ja, ich hab dich. Ja, ich bin tot. Echt? Ja, klar. Ja, wenn du einfach abtaust. Ich war noch in einem Raum. Ja, dann musst du mal gucken, wo ich da herlaufe. Ja, ich wollte doch die Leute erschießen. Hallo. Okay. Ich glaube, ich hau den jetzt in die Fresse. Na, bei mir auch ich den in die Fresse. Boah, jemand stimmt halt mit meinem Mikro nicht. Warum? Weil er mal zu laut ist, dann zu leise. Vielleicht stimmt ja was mit deiner Stimme nicht. Nein. Doch. So, und jetzt bleib mal hier in meiner Nähe. Hier, ich bin hier. Ja, dann töte erstmal alle. Da kommt einer rein. Der haut dich. Ja, ich muss erstmal die richtige Waffe hier finden. Ich warf jetzt eh scheiße. Ist euch noch ne andere? Da, guck mal. Da geht er was. Bist du jetzt hinter mir? Ja, ich bin nur in dem Raum, aber geh ruhig. Ich komm klar. Kommst du wirklich klar? Ja, sollte gehen. Ey, hier schießt gerade voll fett einer auf mich. Bin gleich bestimmt tot. Du sollst nicht vorgehen! Ja, dann rennen! Oh yeah, Baby! Oh oh, hier sind ganz viele. Ich seh's schon auf der Karte. Scharfschützen! Hab ich keine... Doch, hier hab ich Granaten. Oh, WTF! Ich komm nicht an die Granaten ran. Übertreib nicht, Dani! Was denn? Weg da! Du musst dich aufladen. Boah, woher weiß ich denn, wann ich wieder aufgeladen bin? Siehst du da den roten Kreis in der Ecke? Ja. Wenn der wieder voll ist. Ah ja, 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 der erfüllt sich jetzt gerade. Warte, den Scharfschützen hol ich mir noch. Achtung, weg da! Ja, du kannst wieder. Level up! WTF! Kommst klar? Ja. Habt doch hier alle platt gemacht, oder nicht? Ja, bestimmt. Halt, ich renne mal ein bisschen. Renn in den Fahrschuh rein. Hä? Mal, müsst ihr den Gleiter verlassen. Oh! Egal, jetzt ist er weg. Ah, ne, da ist er wieder. Achtung! Was war das? Ich hab gute Munition. Äh, beschützt mich mit Light Down. Okay. Oh! Bist du jetzt wieder gestorben? Ja, klar. Was machst du denn? Ja, der Josh ist gestorben. Oh, Peter, du sollst ja auch nicht reinrennen ins Feuer. Dann töte die schnell! Ja, du lässt dich ja nicht. Wo sind die? Du musst ja nicht unbedingt nach den Raketenwerfen machen. Wieso? Da gehen die aber gut kaputt. Auf wen schießt du? Links ist einer mit einem Schild. Rechts ist einer noch auf der Treppe. Ja, hab ich schon gesehen, Schatzi. Die schießen auch so in Löchern raus. Vorsichtig. Die andere Seite sind auch welche, ne? Was hat Kacke? Lad dich doch auf. Ah, jetzt. Okay, einen hab ich. Ich glaube, der lebt noch, oder? Ja, da ist er. Kommst du klar? Ah, da ist einer. Headshot! Äh, wo ist denn meine Maschinenpistole? The Machine Gun? Hab ich die jetzt hier hingelegt, ja? Jetzt ist sie weg. Jetzt hab ich so ne komische. Toll. Ah, die Laserpistole, ne? Ja. Unten aus dem Fahrstuhl kommen welche? Okay, mit Headshots geht's immer noch. Okay, sind da ja am Fahrstuhl. Seid ihr da? Ne, noch nicht. Wo bist du denn? Hallo? Ja. Falscher Fahrstuhl. Dann nehmen wir doch den anderen. Schaff Burke in den Wagen. And let's go. In welchen? Egal? Ich weiß nicht, der macht irgendwas. Achso, der zwingt den einzusteigen. Los, geh rein. Okay. Dann rein damit. Okay. Und abfahren. Zum blauen Dreieck. Los. Ist hier richtig falsch rum? Egal, ich war hier. Falsch rum. Fahr um das Haus herum. Egal, von hier sind wir auch gekommen, ne? Dann verteidige uns. Hab ich ja vor. Ich hab hier so ne gescheuerte Waffe. Nur ne 800 Meter. Ja genau, das Spawner irgendwo welche, irgendwelche Autos. Ey, krass. Oh mein Gott. Oh. Boah, was hast du denn? Äh, abgekühlt. Oh, schenk bis. Ah gut, der Baum ist weg. Da ist das Hauptquartier. Und wir brennen noch nicht. Sauber. Oh, hast du es geschafft? Oh, ja. Meine Güte, ich dachte, die wollen gar nicht sterben da. Ich brauche auf jeden Fall eine Maschinenpistole. Die habe ich jetzt irgendwie verloren. Man kann es ja gleich tauschen. Ah, da guckst du, ne? Oh. 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 What? Geschafft. Yeah. Mal sehen, wie viel Kohle wir kriegen. Ach, wir müssen auch noch Bargeld abholen. Gerade war nichts drauf. Echt? 10.000. Respect. Yeah, Level 19. Oh, jetzt haben wir dieses tolle Outfit, was ja eigentlich gar keiner haben will. Doch. Nein, das passt nicht zu mir. Das unterstreicht nicht meinen Tint. Unterstreicht nicht deine Brüste. Die habe ich schon verkleinern lassen. Okay. Geht ja auch auf den Rücken. Eben. So, ich hole mir jetzt mal eben Bargeld. Irgendwie. Ja, Bargeld ist sogar wieder vorhanden. Bei mir nicht. Sollen wir mal reingehen? Dann kannst du dir die Waffe wechseln. Ja, können wir das da drin machen? Ja, oben im Domizil. Okay. Lauf. Forest. So, jetzt drück mal E. Aber am Arsenal. Arsenal. Da kannst du jemanden aussuchen. Der Penetrator ist auch da, den ich mal lieber nicht. Ja, aber wo ist denn da meine Maschinen? Pistole. Ich sehe gerade, ich habe andere Pistolen. Ja, geil. Ich glaube, die ist es, aber ich verstehe es nicht. Da muss man durchklicken. Wiper Lasergewehr. Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Anklicken. Okay. Ah ja, jetzt habe ich sie. Wir müssen auch irgendwann mal im Waffenladen. Ich brauche... Mun... 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 Ja, okay, dann lasst du ihm zum Waffenladen fliegen. Okay. Wuuuuh. Ich muss einen Hodengriff noch machen. Ein paar Mal so. Lass mich doch mal fliegen. Du kannst dir deinen eigenen holen. Ach nicht? Ja, gehe, drück E und hol dir einen. Ich schlage hier gegen, weil ich denke, die Scheibe muss... Ähm... Fair.